So, und ohne dem Dave geht es jetzt weiter an Friedhof. Jawohl, Friedhöfe sind gut. Kauf da mal ein paar Sachen. Wofür brauche ich dafür eigentlich? Iron Bar brauche ich ja noch was. Stimmt. Iron Bar. Gislang habe ich 55 Iron Ore. 20 Iron Bars. Komm, komm, komm. Dann kann ich endlich meine Rüstung vervollständigen. 10, 20. Und zack. Und dann wollen wir mal gucken, wie das aussieht. Hammer. Nice. Sieht richtig geil aus. Dave, ich bin der Vogelkönig. Willst du gleich sehen, wenn du hochkommst. So, und ich habe noch ein paar Sachen, die wir hier in unserem Raumschiff ausstellen können. Dann verziehen wir dir das noch ein bisschen. So, und zwar... Nehmen wir uns für ganz hoch. Ey, was ist los? Ich habe 20. Tja, tja, sagt der Richtige. Wo sind jetzt die Kameras? Da. So, eine. Und jetzt kommt die zweite. Und da oben tun wir auch noch ein paar Kameras hin. Da. Und da hin. So, jetzt ist unser Raumschiff überwacht. Und ich tue mal ein paar Sachen in die Kiste. Da haben wir wenigstens ein bisschen Ordnung geschaffen. Die restlichen Kameras. Das Teil. Das Teil. Ja, die Pipes, die kann ich mal da reintun. Oder ein Sliding Door. Die ist entgehalten. Diese Tür, das Teil. Und da hin. Eine Turbine ist das. Nice. Und diesen Tisch. Diese Stühle hier. Was ist das? Was ist die Metal? Kann ich auch mal reintun. Den Spruch bringe ich jetzt hier an die Wand an. Falls das geht. Oh nein, das war das falsche Teil. Hm, wo ist der Spruch? Oh. Wo ist das Teil? Da. Hallöchen. Jawohl, der liebe David, ich bin nicht da. Ich tötte nie wieder ein. Gut. Weil, ich hab mal so einen U-Bach und dann hat er die ganze Zeit geweint. So die Augen zerkniffen. Da hat er einen Meter weit. Ha, 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 ha. Komm mal wieder auf, auf das Schiff, dann siehst du den, ein Vogelkönig. Ne. Ne. Okay, schon, ich fliege jetzt mit einem Schiff weg. Schieb um uns. Und unser Schiff wird ab jetzt bewacht. Also komm, er ist wieder mit aufs Schiff. Leischen, ich bin immer noch in den Bord. Gut. Ich lege so lange ein paar Sachen hier ins... Oh, oh, ich bin zum Arsch. Tja. Das Teil könnte ich ja eigentlich mal hier hin tun. Aber da ist was andersrum dran. So. Dann würde da noch eins kommen. Warum kann sich das Teil nicht drehen? Egal. Ey. Jetzt hat er die Tür weggenommen. Mh. Woll. Was? Weil, ey, wir haben Waffen gedroppt. Hammer. Was für Waffen? Einmal ein Sperr, das 10 zieht und einmal eine Axt, das die 12 zieht. Jawohl, gut. Ein gutes Kind. Brauche ich aber nicht, also wer im Stieg weg. Unsere Sachen sind besser. Jawohl, das sind so. Tja. Tja. Ein bisschen Kopperschmelzen. Was können wir hier noch unterbringen? In der Dusche, vielleicht. Nebenbei. Weckt platform. Okay. Lautsprecher! Da können wir uns doch sicher so eine Beatbox bauen. Das muss auf jeden Fall hin. Cola-Automat. Dave, wir haben ein Cola-Automat. Wir werden nie wieder was zu trinken brauchen. Echt? Ja. Da in den Cola-Automaten können wir sogar Sachen reintun. Das ist wie ein Bücherregal. Junge! Entgleichsensperr, der heißt Badass-Lash-Pier. Hammer. Alter, die Waffen ziehen alle relativ viel. Da gibt es doch einen fetten Hammer, der steht zwölf. Und einen Wassercontainer habe ich auch. Das nehme ich jetzt mit. Mach es. Ja. Okay, chill. Chill. Gut, warte. Sky? Sky? Äh. Okay. Und hier stehen die Regeln, dem Raumschiff an der Tafel. Hm. So, und was noch? Was könnten wir noch umbringen? Können wir auch da noch mal? Schade. Hm. Jetzt komm endlich mal zurück. Alter, ich bin immer noch in der Stadt. Die ist scheiße groß. Äh. Ich verstehe nicht, warum es eventuell einer de-abonniert hat. Schau nicht. Eigentlich ist das eh nur so ein YouTube-Fehler. Voll viele Videos haben wir da gerade raus. Ja, ja. Ich stehe jetzt immer auf 33 Abonnenten und umgekehrt 34. Also wenn ich auf die Abonnenten draufklicke. Das macht keinen Sinn. Tschö. Tschö. Bist du schon neu gespawnt? Scheiße, ich habe mir fett verraubt, ich muss jetzt aufhören. Warum musst du aufhören? Weil ich jetzt weggehen muss. Hä, du sagst es um zwei. Ich habe um halb zwei. Warum haben die denen keinen Schaden zugefügt? Ich muss noch Sachen reinpacken. Warum fügen die plötzlich keinen Schaden mehr zu? Das ist Stacheldraben. Warum? Was musst du machen? Ich muss jetzt noch die Sachen reinpacken. Falls man auch umar. Hey Junge. Hey Junge, was? Was ist für ein Scheiß? Guck ab und zu mal auf YouTube und bring den Abo. So, dann kommt hier ein Wasserspender hin. Ja. Ja. Tschö. Hau ab. Ich liebe das. Junge, das ist mega vollgemild. Junge, das hier sieht aus wie das Raumschiff von der NSA. Wir haben sogar einen Kohleautomaten. Jawohl, so müsste die Folge sein. NSA Raumschiff. Jawohl, gut. Na ja, okay. Tschö. Äh, das Server ist weg. Hast du mich gesehen mit meinem Königsvogel-Outfit? Ja. Oh. Schattel-Fisch. Toll, und der Dave wirft uns eiskalt raus, wobei wir noch fünf Minuten haben. Hey, okay, dann wird der Part leider nur zehn Minuten lang. Tschö. Tut mir leid, aber das ist Daves Schuld, ja. Pack den an, indem ihr allen seinen Day-Z-Videos einen Dislike gebt, ja. Ja, macht das. So, mach das. Mach das. Macht das, das ist gut. Dann weiß er, dass er das nicht mehr machen muss, ja. Also, danke, dass ihr jetzt jedem Day-Z-Part oder jedem Let's-Play, was Dave jemals aufnehmen wird, einen Dislike gebt. Hat der Wix da verdient. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von Starbound. Tschö. Wenn ich auch, äh, normal, oder mein Handy auf dem YouTube, steht bei uns immer noch 34 Abonnenten. Ja, ja, bei mir auch, das ist irgendwie eigenartig. Jedenfalls mit dieser schönen Starbound-Musik, wir können wir uns den Ende dieses Let's-Plays, also dieses Parts. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. I let's play. Starbound. Auf die Tage, Leute. An 70. Ich bin ja, da nicht nur das ist. Untertitelung des ZDF, 2020